Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Runde Mario 64. The last impact. Nein, ich wollte nicht mit ihr reden. Ich wollte eigentlich hoch. Nein. Danke. Krabbel, 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 krabbel. Krabbel, 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 krabbel. Jedes Mal zu so einem Level so weit hoch. Stop. Kurma Cooper. Der ist ganz schön groß, der Kurma Cooper. So, gucken wir erstmal, wo der ist. Da ist er. So. So, wie muss ich den denn stoppen? Wo, 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 wo. Wo, wo, wo. Nein, 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 nein. Nein. Okay. Ähm, das muss ich nochmal anders angehen. So. Jetzt rennen wir erstmal hier rauf. Genau aus der Perspektive möchte ich es haben. Okay, wunderbar. Dann war Nummer eins. Oh, verdammt, ernsthaft. Nein, nein, nein. Oh, ist der fies. Die Münze würde ich gerne haben, aber wir scheißen jetzt mal auf die Münze. Was ist das für ein Bosskampf? Nein, Mario, was machst du? Was machst du? So, ich renne einfach nach vorne. Okay. Boah. Boah. Viel zu viele Goombas. Flügel Goombas. Ich will da erstmal hoch. Okay. Oh nein. Aha. Komm. Nein, 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 nein. Oh, Alter. Nein. Aha, komm. Komm, Mario. Nein, 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 nein. Oh, Mario, komm. Mario, gib Gas. Nein, 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 nein. Komm, komm. Nein, Mario, 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 Mario. Aha. Okay, das war's, das war's. Nein, das war's nicht, das war's nicht. Alter. Ist das ein Bosskampf? Nein, was mach ich denn? Tschüss, Mario. Das ist ein Bosskampf. Nein. Warum reich da immer einmal gegen? Komm, Mario, jetzt reiß dich zusammen. Oh, komm. Komm, ernsthaft. Mario, jetzt dräng dich an. Und tschüss. Alter, ihr glaubt gar nicht, wie hart das ist. Das ist mal ein interessanter Bosskampf. Komm, Mario, jetzt gib Gas. Nein. Warum, Mario? Na, komm. So, jetzt machen wir's mal so. Okay, komm, wir holen jetzt die Münze. Nein, 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 nein. Wir holen jetzt die Münze. Genau. Wir wollen, dass der Wind aufhört. Dass Mario laufen kann. So. Ja, genau. Jawohl. Haben wir ihn besiegt? Mario schwebt da oben. Ich seh ihn. Ich hab Mario gesehen, wie er da oben geschwebt hatte. Wo ist es da? Aha, wir haben es geschafft. Den holen wir uns jetzt aber erst noch. So. Der 70. Stern. Stopp, Kumakuba. Ja, war klar. Ich schaff's wieder nicht, ne? Und weiter geht es ins nächste Abenteuer mit Mario. Der Weg ist nur sehr lang. Schau dir die Windmühle an. Ich hab's befürchtet. Oh, nein. So, jetzt gucken wir jetzt mal, wo die Windmühle ist. Und wie wir da hochkommen. Da ist die Windmühle. Und da kommen wir hoch. Ich hoffe, fast mal da. Ne, gibt's nur ne rote Münze. Da springe ich eigentlich ungern rüber. Das muss wahrscheinlich hier sein. Ich kletter hier einfach mal hoch. Was anderes bleibt mir jetzt erstmal nicht über, weil den anderen Weg wüsst ihr jetzt nicht nachher da oben. Nein, drehen, drehen. Danke. So. Konnt runtergerutscht, aber jetzt muss ich erstmal gucken, wie komme ich zur Windmühle. Also hier bin ich schon mal falsch, was die Windmühle angeht. Alter, du blöder Goomba. So. Jetzt ist mir die Rache dafür. Hier ist noch ne rote Münze. Ach, leck mich. Hier ist auch ne rote Münze, aber ich will ja rüber. Wie komme ich jetzt rüber da? Weil da oben ist die Windmühle. Wie komme ich denn da rüber? Äh, ja. Was? Ach, das ist ein Teleporter. Und wo bin ich jetzt? Ich weiß zwar nicht, wo ich jetzt gerade bin, aber egal, das ist ein Leben. Lass mich raten, das sind Ballons, mit denen kann man fliegen, ja? Nein, kann man nicht. Gut, dann war es auch geklärt. Ah, super, da lande ich irgendwo hinter dem. Okay, da muss ich jetzt aber wieder vorsichtig zurückgehen. So, gucken wir mal, ob wir jetzt hier vielleicht hochkommen. Oh cool, hier kommen wir auch noch durch. Okay. Nein. Oh, ernsthaft? Das müsste ich erst mal wissen. Ah, da wäre noch ne rote Münze gewesen und da oben rauf komme ich gar nicht. So, jetzt geht's aber hier wieder rauf. Okay. Oh nein. Oh, ich hasse das Wandsprünge. Ich hätte gerne immer diese Seitenansicht. Oh, das war so klar. Alter, du blödes Ding. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Das muss ich da auch noch speichern, oder was? Nein, es hat nicht funktioniert. Das ist doch jetzt echt ein Witz. Nein. Danke. Das soll ich jedenfalls wieder ein bisschen mehr leben. Na, bleibst du da oben. Wir drehen einmal und gucken uns das Ganze einmal von der anderen Seite an. Okay, es hat uns nichts gebracht, außer einen Umweg. Das heißt also, wir müssen wahrscheinlich dann hier lang. Nein. Oh, ich könnte kotzen. Okay. Wir speichern. Drehen die Kamera so gut es geht nach da. Oh, und haben es geschafft. Hä? Oh nein, schon wieder so ein... ...Mullewop-Ding, oder was das auch immer sein soll, ey. Der soll nicht immer auf diese... ...Schräge da drauf gehen. Danke. Was? Ich hab den doch ganz normal getroffen. Egal. Egal. Wir... Huh, ich lebe. Nein. Warum macht er denn sowas? Oh, komm. Ah, anscheinend, wenn sie blau sind, darf man da nichts machen. Das wollt ihr nicht von mir. Doch, das wollen die von einem. Nein. Das ist ja fast ein Ding und eine Möglichkeit. Okay, komm. Okay, hier geht's ganz normal runter. Das ist gut. Kann ich erstmal speichern. Gucken wir uns mal hier lang. Was ist hier? Ich brauch Münzen. Was? Ja, aber... Ja, aber... Wie, wie stellen die sich das vor? Wie stellen die sich das vor? Ähm... Wie... Wie soll denn das gehen? Oh nein, ich befürchte es schon. Okay. Na geil. Nein, daneben. Das sah doch elegant aus. Das sah noch eleganter aus. Na, wenn das nicht was von Eleganz hatte, dann weiß ich's auch nicht. Äh... Nein, 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 nein. Das ist jetzt echt eine... Nein. Ich musste irgendwie diesen... Kasus-Knackdus hinkriegen. Ja, genau nicht den, sondern den anderen. Du sollst nicht da eine Stammattacke machen. Das ist jetzt gerade echt ein bisschen doof. Alter, wie soll ich denn das machen? Ich krieg's nicht. So. Nein. Ich muss irgendwie da hochkommen... Ohne... Mich zu verletzen. Wie soll denn das gehen? Schön. Nein, nicht da runterfallen. Nein. 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 Genau. Alter, das war das Ende. Das war ja echt nervig. Na, schau nach der Windmühle. Ich bedanke mich ganz herzlich. Die Windmühle ist wieder repariert. Und ich sage, ich bin euer Trott. Rein. Tschö, tschö. 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 Und ich sage. Schweiquer... Say. Vielen Dank.